Hallo Schirröten. Ich habe heute endlich mal den Lesemonat Oktober für euch und der Oktober stand zwar noch ganz im Zeichen des Deutschen Buchpreises und einem Longlist und Shortlist ehrlich gesagt gemischt, aber angefangen hat der Oktober mit diesem Buch hier, mit einem Kinderbuch, mit Paul Maas, das Sams und der Blaue Drache. Falls ihr das Sams nicht kennt, das Sams ist eine Buchreihe, eine Kinderbuchreihe von Paul Maas, in der es eben um das Sams kommt. Das ist ein Wesen, das kommt, wenn die Woche so geschieht, wie es die Wochentage voraussehen. Also am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt Herr Mohn zu Besuch, das ist der beste Freund von dem Protagonisten dieser Reihe, nämlich Herrn Taschenbier. Am Dienstag ist Dienst, am Mittwoch ist logischerweise Mitte der Woche, am Donnerstag muss es donnern, am Freitag hat Herr Taschenbier frei und am Samstag kommt dann eben das Sams. So beginnt der erste Band dieser Reihe und dann gibt es verschiedene. Ich habe die sehr geliebt, nicht nur als Kind, sondern auch immer danach, sowohl in Buch als auch in Hörspielform. Und jetzt habe ich letztens im Buchladen oder eben Anfang Oktober dieses Buch hier entdeckt. Das ist ein Band, der, oh je, ich glaube zwischen dem zweiten und dem dritten Band spielt. Also es gibt in einem Band, wünscht sich Herr Taschenbier eine Wunschmaschine. Denn es ist so, dass Sams kann Wünsche erfüllen, es hat so lauter blaue Punkte und mit jedem Wunsch, der getätigt wurde, verschwindet ein blauer Punkt. Und dann wünscht sich Herr Taschenbier eine Wunschmaschine, damit er sich eben trotzdem noch Wünsche erfüllen kann. Und diese Wunschmaschine, da geht aber einiges schief und die wird, Spoiler Alert, zum Schluss zerstört. Und jetzt hat Paul Mar, er schreibt es in dem Vorwort, sich aber gedacht, da hätten vielleicht aber noch lauter lustige Sachen passieren können, bevor diese Wunschmaschine zerstört wurde. Und eine dieser lustigen Dinge hat er eben hier aufgeschrieben und zwar möchte das Sams in diesem Buch einen Drachen steigen lassen. Es sieht Kinder, die Drachen steigen lassen und geht zur Wunschmaschine und wünscht sich einen blauen Drachen. Und weil er aber so ungenau wünscht, das ist nämlich auch immer ein Thema in diesen Samsbüchern, dass man sehr genau formulieren muss, was man sich wünscht, sonst gehen die Wünsche eben schief, bekommt er keinen Papierdrachen, den er sich eigentlich gewünscht hat, aber so hat er es eben nicht gesagt, sondern es kommt ein richtiger Drache. Und dieser richtige Drache sorgt natürlich für einiges an Chaos, das Sams und der Drache freunden sich aber sehr gut an und sie reimen zusammen. Und ich fand diese Geschichte wieder sehr, sehr hübsch und sehr samsig und ich hatte sehr viel Spaß. Und ja, also wenn ihr Fans vom Sams seid, dann kann ich euch diese Geschichte nur empfehlen. Und falls ihr noch keine Fans vom Sams seid, dann lest unbedingt das Sams, weil es macht ganz viel Spaß. Und dann habe ich, wie gesagt, noch ein paar Bücher der Long- und Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises belesen, unter anderem zwei Bücher der Shortlist, zum einen dieses hier, Norbert Gestrein, der zweite Jakob. Darin wird von Jakob erzählt, einem Schauspieler, der kurz vor seinem 60. Geburtstag steht. Ein Journalist kommt zu ihm, der eine Biografie über ihn schreiben möchte. Die beiden verstehen sich nicht besonders gut, also kommen nicht so richtig auf einen Nenner, aber im Zuge dessen werden eben alte Geschichten aufgerollt, die in Jakobsleben passiert sind. Unter anderem wird von einem Unfall oder erinnert sich an einen sehr, sehr tragischen Unfall, der bei einem Dreh geschehen ist vor zehn Jahren oder so an der Grenze zu Mexiko. Und von diesem Unfall, beziehungsweise auch von diesem Dreh und was dort vor Ort passiert ist, von den Zuständen auch von vor Ort wird berichtet. Und es geht auf der anderen Seite in der Gegenwart auch um die Beziehung zu seiner Tochter, zu seiner jugendlichen Tochter. Zu diesem Buch gibt es ein ausführliches Video, deswegen sage ich jetzt hier nichts weiter dazu. Mir hat das okay gefallen. Ich fand es, also Norbert Gestrein ist ein sehr guter Erzähler. Das ist alles sehr flüssig erzählt in einer sehr sauberen, soliden, schön formulierten Sprache, aber mir war es ein bisschen zu behäbig und das ganze Buch, also ich war immer wieder so, dass ich überlegt habe, es abzubrechen. Dann war es aber doch nicht so schlecht, dass ich es eben abgebrochen hätte. Es war aber auch jetzt nicht so gut, dass es mich total mitgerissen hat. Also es war solide und wenn man diese Art des Erzählens mag, dann ist das sicherlich ein gutes Buch. Wie gesagt, ausführliches Video, verlinke ich euch. Genauso gibt es ein ausführliches Video zu diesem Buch hier, Eurotrash oder Eurotrash wie auch immer, von Christian Kracht. Christian Kracht ist ein sehr bekannter deutschsprachiger Autor. Damals sein Buch Faserland ist ja quasi durch die Decke gegangen. Das ist für viele ein Entdeckungsroman gewesen, quasi ein Erweckungsroman. Er wird auch als Begründung der deutschsprachigen Popliteratur bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das so ist. Eurotrash ist bisher mein einziges Buch, das ich von Christian Kracht gelesen habe. Und es geht darin teilweise um seine Familiengeschichte, teilweise, beziehungsweise im zweiten Teil des Buches, aber vor allem auch um die Beziehung zu seiner Mutter. Er fährt eben wieder nach Zürich, um seine Mutter zu besuchen, der es nicht besonders gut geht. Und die beiden fahren dann auf so eine Art Roadtrip und lernen sich dabei ein bisschen besser kennen, erfahren irgendwie was voneinander. Und es geht eben viel um auch die Familiengeschichte der Mutter und eben die Beziehung zu der Mutter. Und ich fand gerade den zweiten Teil, diesen Roadtrip, den fand ich sehr gut, den fand ich auch sehr lustig teilweise. Und ja, dieses Buch ist, also das ist sehr flüssig geschrieben in einer schönen zugänglichen Sprache. Das ist gar kein Zweifel, das liest sich weg wie Butter. Es ist auch sehr witzig teilweise. Es ist gespickt mit Pop-kulturellen Anspielungen. David Bowie kommt ganz oft vor und so. Also das ist durchaus unterhaltsam und ich fand das auch solide. Mich hat aber der erste Teil nicht ganz so abgeholt. Und mir hat ein sehr netter Zuseher Empfehlungen unter das Video zu diesem Buch hier geschrieben. Und ich glaube, ich bin doch neugierig, vielleicht nochmal was anderes von Christian Krach zu lesen. Aber nicht unbedingt Faserland, muss ich gestehen. Also das hier wird ja auch so ein bisschen als eine Fortsetzung von Faserland gehandhabt quasi. Genau, ausführliches Video dazu auch verlinkt. Und dann habe ich noch zwei Bücher der Longlist nachgeholt, die ich unbedingt lesen wollte. Und zwar einmal Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Marianna Salzmann. Da geht es auch um eine Familiengeschichte im Prinzip. Es geht um zwei Mütter und deren Töchter und wie diese Geschichten von den beiden zusammenhängen. Beide Familien sind in der Ukraine verwurzelt und sind eben zu bestimmten Zeitpunkten nach Deutschland gekommen. Und es wird erzählt, was das mit ihnen gemacht hat, wie jetzt auch das Verhältnis von Mutter und Tochter ist, warum das so ist. Und das ist ein Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist sehr, sehr klar geschrieben. Einer sehr schönen, ja manchmal auch sehr knappen, aber trotzdem sehr schönen Sprache. Also ich finde, da ist kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Mir hat das vom Stil wirklich sehr gut gefallen. Und die Geschichte mochte ich auch sehr gern. Ich habe das sehr schnell durchgelesen und sehr gemocht. Auch dazu gibt es ein extra Video, in dem ich auch über dieses Buch hier spreche. Dillig Güngers Vater und ich. Darin geht es um eine junge Frau, deren Namen ich jetzt vergessen habe, weil ich das immer mit Namen nicht so habe. Ich glaube, sie heißt Ipek. Die ihren Vater besucht, zu dem sie in ihrer Kindheit eigentlich ein gutes Verhältnis hatte. Und dann ist das umso älter. Sie wurde ja immer mehr so ein bisschen auseinander gedriftet. Die beiden konnten sich nicht mehr so richtig was oder hatten sich nichts mehr zu sagen. Und das ist jetzt auch wieder so, als sie dorthin fährt. Und trotzdem geschieht so etwas wie eine Annäherung zwischen den beiden, weil sie eben feststellt, dass es vielleicht auch nicht nur an ihrem Vater liegt, dass dieses Schweigen zwischen den beiden herrscht. Und es geht ganz viel um Sprache in diesem Buch, hier übrigens auch. Also es geht ganz viel auch um Sprache und Identität, was das miteinander zu tun hat, wie Sprache eben auch Identität formen kann. Und die Protagonistin hier ist auch Journalistin, was interessant ist, weil sie ja da ganz viel mit Sprache arbeiten muss. Und sie hat auch verschiedene Sprachen studiert. Also sie ist inzwischen auch multilingual und das ist besonders spannend. Und genau, das hat mir besonders gut gefallen, diese Verbindung zwischen Sprache und Identität. Und es geht natürlich auch um Alltagsrassismus. Das geht es hier auch. Also wie gesagt, dazu gibt es ein Doppelvideo. Kann ich beide Bücher, kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Dann, das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist ein kleines, aber sehr feines Sachbuch. Und zwar von Zoe Beck, Depressionen. Zoe Beck ist ja eine sehr bekannte, ja, ich würde sagen, Kriminalautorin, Krimi- und Thrillerautorin und ja auch Übersetzerin, Literaturübersetzerin. Und sie hat in dieser Reklamreihe, es gibt so eine Reklamreihe, ich glaube, 100 Seiten heißt die, da widmet sich jedes Büchlein auf 100 Seiten einem bestimmten Thema. Und Zoe Beck hat eben über Depressionen geschrieben, von der sie selber betroffen ist. Das ist also ein Buch, so halb persönlicher Bericht, halb, ja, Sachbuch mit Fakten über Depressionen. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ihr seht, da sind viele, viele Zettel drin. Erstmal auch diese persönliche Sicht, die ich ja einfach sehr zugänglich finde. Man kann sich, finde ich, schneller mit so einem Buch identifizieren, wenn da jemand auch von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet. Aber es gibt eben auch ganz viele Infotafeln, ganz viele Fakten über Depressionen und auch darüber, über die Geschichte von Depressionen und auch, was man eben machen kann, um sich helfen zu lassen. Also es gibt Hinweise zu Therapien, zu Nummern, die man anrufen kann und wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Buch, was sowohl für Betroffene als auch für Angehörige gut geeignet ist, weil man einfach ein bisschen sich einlesen kann, was es bedeutet, wenn man, wenn jemand depressiv ist. Und was auch sehr schön herausgearbeitet ist, ist, dass eben nicht jede Depression gleich ist, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Formen von Depressionen gibt. Wenn sich jetzt jemand schon sehr, sehr eingelesen hat zu diesem Thema, dann wird er hier wahrscheinlich nichts Neues finden. Aber ich glaube, um einen Überblick zu bekommen, ist das Buch sehr, sehr gut. Mir hat es jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Thematisch passend dazu habe ich dann dieses Buch gelesen, denn meiner Meinung nach geht es hier um eine junge Frau, die tief depressiv ist, sich es aber selber nicht eingestehen möchte. Gesagt wird das nie. Also hier wird nie eine Depression diagnostiziert, aber ich finde, vieles spricht dafür. Es geht in diesem Buch, My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moschwick, eine amerikanische Autorin. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Es ist aber inzwischen auch auf Deutsch erschienen. So bin ich auch darauf aufmerksam geworden, beziehungsweise Carina hatte darüber gesprochen und ich fand das ziemlich interessant, was sie darüber erzählt hat. Und dann wollte ich das unbedingt lesen. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, mein Jahr der Ruhe und Entspannung oder so. Und es geht darin um eine junge Frau, die scheinbar alles hat, um glücklich zu sein. Sie ist sehr, sehr schön. Das wird sehr, sehr oft betont in diesem Buch, dass sie eine sehr schöne junge Frau ist und das auch durchaus zu nutzen, weil es die Vorteile davon, sie hat keinerlei Geldprobleme, denn sie hat reich geerbt von ihren Eltern. Sie hat einen Job in einer renommierten, ich glaube, New Yorker Galerie und verkehrt dort wirklich so in den High-Society-Kreisen der Künstlerszene. Aber nach und nach bröckelt so ein bisschen diese Fassade. Also man merkt, sie hat sehr, sehr merkwürdige zwischenmenschliche Beziehungen. Zum einen so eine On-and-Off-Beziehung mit ihrem Exfreund, an den sie irgendwie immer wieder denken muss und von dem sie nicht so richtig lassen kann. Die beiden haben aber ganz offensichtlich eine extrem toxische Beziehung. Also er kommt eigentlich nur vorbei, wenn er Sex will oder irgendwas von ihr will. Und sie hat dann auch so ein bisschen so eine unterwürfige Haltung ihm gegenüber. Also im Prinzip geht es auch immer nur um seine sexuelle Befriedigung und nie um ihre. Und dann hat sie eine beste Freundin. Und die beiden, da habe ich den Eindruck, verbindet auch eher so eine Frenemy-Freundschaft als jetzt eine wirkliche innige Freundschaft. Denn diese Freundin steht immer so ein bisschen in Konkurrenz zu ihr. Also sie will eigentlich auch immer so schön aussehen. Sie hat eine extrem ungesunde Beziehung zu sich und ihrem Körper und Essen. Sie macht eine Diät nach der anderen, weil sie immer sehr, sehr dünn sein möchte und eben auch neidisch auf die Freundin ist, die halt einfach von Natur aus so schlank zu sein scheint. Also es fehlt irgendwie so ein bisschen an Stabilität. Und diese junge Frau hat, irgendwann ist sie so müde und erschöpft von ihrem Leben, auch wenn sie nicht so richtig weiß, warum, dass sie schlafen möchte. Sie möchte ein Jahr lang schlafen und das ist ihr Plan. Sie sagt, wenn ich ein Jahr lang schlafen kann oder sehr, sehr viel schlafen kann, dann geht es mir danach wieder besser und ich bin ausgeruht und kann wieder in mein Leben starten. Und sie macht sich auf die Suche nach einer Psychologin, die ihr eben Medikamente verschreiben kann und findet, also hat Glück und findet, glaube ich, die unfähigste Psychologin in New York, die ihr nämlich überhaupt nicht richtig zuhört und überhaupt nicht hinguckt, was dieser jungen Frau eigentlich fehlt und woher auch ihre tiefe Müdigkeit und ihre tiefe Traurigkeit und dieses Gefühl, keinen Sinn mehr im Leben zu sehen eigentlich. Die forscht gar nicht danach, woher das kommt, sondern sie sagt, sie haben Schlafprobleme, okay, dann verschreibe ich ihnen dies und jenes und verschreibt ihr da wirklich die krassesten Schlafdinge, die es so gibt, auch neueste Dinge, die noch gar nicht so richtig auf dem Markt erforscht sind. Und die Protagonistin erzählt ihr halt auch nicht richtig was. Also sie erzählt mal in der einen Sitzung das und mal in der einen Sitzung das. Und wir erfahren aber, dass zum Beispiel ihre Eltern sind beide gestorben, durchaus auch auf tragische Weise. Und auch als die Eltern, also der Vater war krank, ist an einer Krankheit gestorben, ich glaube Krebs, und die Mutter hat sich danach im Prinzip zu Tode getrunken. Und man erfährt halt in Rückblicken auch, dass die Beziehung zu der Tochter nie richtig liebevoll war. Also sie kommt aus einem gut situierten Elternhaus, der Vater war Professor, aber so richtig eine innige Beziehung gab es nicht. Und eben dieser doppelte Tod oder der doppelte Verlust der Eltern, der relativ rasch hintereinander passiert ist, ist eben auch etwas, was sie noch nicht verwunden hat. Und das merkt man eben, diese Psychologin merkt das aber nicht. Und sie nimmt dann eben diese Medikamente und schläft sehr, sehr viel. Sie wacht immer wieder auf und isst zwischendurch was, aber die meiste Zeit verbringt sie im Bett. Und irgendwann artet dieses Experiment aber aus. Sie hat Wachphasen, an die sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie findet sich plötzlich in einem Taxi, in Klamotten, an die sie sich nicht erinnern kann, sie gekauft zu haben oder geschweige denn angezogen zu haben. Und merkt selbst, dass das irgendwie jetzt in eine Richtung geht, die durchaus gefährlich für sie werden kann. Denn wenn sie da auf einmal wach ist und aber nicht weiß, was sie in der Zeit tut, dann ist das auch nicht so gut. Ihre Psychologin hingegen findet das wieder nicht so beruhe. Sie sagt ja, das ist ganz normal bei dieser Art von Medikamenten und verschreibt ihr dann gleich noch was. Und sie lässt sich dann einsperren in ihre Wohnung und sich nur ab und zu quasi Essen vorbeibringen. Und ja, wir erfahren, wie gesagt, in Rückblicken immer wieder etwas zu ihren Eltern. Wir erfahren auch so über ihre Vorlieben etwas, was ich sehr, sehr lustig fand, ist, dass sie ein großer Fan von Harrison Ford und Whoopi Goldberg ist. Ich bin auch ein großer Fan von Harrison Ford oder war es zumindest früher in meiner Teenager-Phase war das quasi mein großer Schauspiel-Crush. Und Whoopi Goldberg finde ich natürlich auch ganz großartig. Und sie guckt dann an einer Stelle Star Trek The Next Generation und halt nur die Folgen, in denen Whoopi Goldberg als Geinen zu sehen ist. Das fand ich sehr sympathisch als Trekkie. Und ja, das Ganze ist überhaupt, es ist sehr, sehr witzig geschrieben. Also auch, sie geht sehr, sehr offen mit Sex um. Das finde ich sehr schön. Das ist hier, gibt mehrere Szenen, die sehr offen beschrieben sind, aber eben jetzt auch nicht zu ordinär, sondern einfach nur sehr, sehr ehrlich und direkt. Es ist ein lustiges Buch und ein, aber auch ein tief trauriges Buch. Also ich fand das schon ziemlich traurig, diese ganze Situation der Protagonistin. Und ehrlich gesagt, ich will das jetzt nicht spoilern, aber mir war das Ende dann zu ein bisschen, ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu heidi-tidi. Und was ich oft gehört habe, ist, dass es ein sehr merkwürdiges Buch ist. Ich fand das überhaupt nicht so merkwürdig. Ich fand einfach, dass es eine Geschichte einer depressiven jungen Frau ist, die eben des Lebens müde ist, aber sich nicht umbringen will, sondern einfach nur sehr viel schlafen. Was ein häufiges Symptom ist von Depressionen übrigens. Also ja, ich fand das gar nicht so merkwürdig, sondern eher traurig. Und dafür das Ende dann ein bisschen zu einfach und ich glaube nicht besonders realistisch. Aber an sich war das ein gutes Buch und mir hat das gut gefallen. Es war mal was anderes. Und dann begann im Oktober schon etwas, was ich jetzt im November fortsetzte, nämlich ein kleiner Fantasy-Run. Ich hatte euch ja in meinem herbstlichen Video erzählt, dass ich so ein paar Fantasy-Bücher auf meiner Liste habe und davon habe ich ein paar gelesen. Und zwar zum einen im Oktober schon dieses hier, Talus von Lisa oder Liza Grimm. Talus, die Hexen von Edinburgh, das ist der erste Teil. Und dann habe ich gleich darauf noch gelesen, den zweiten Teil, nämlich der ist ja jetzt, ich glaube dieses Jahr erschienen. Lisa Grimm, also auch wieder von Liza oder Lisa Grimm. Talus, die Magie des Würfels. Ich gebe zu, das hier habe ich erst am 3. oder 4. November beendet, aber weil es jetzt zusammengehört, mache ich es jetzt mal in den Lesemonat Oktober mit rein. Es geht in den Talus-Büchern um verschiedene Menschen. Das Ganze spielt in Edinburgh, genauso wie es der Untertitel, die Hexen von Edinburgh, ja auch sagt. Und ich mochte besonders das Worldbuilding in diesen Romanen. Also die Prämisse ist, dass in der Unterwelt von Edinburgh quasi nochmal eine ganz eigene Welt existiert, nämlich eine Welt mit Magie. Also dort leben die Hexen und Hexer natürlich auch. Und diese Welt ist eingeteilt in verschiedene, also die Hexen und Hexer sind eingeteilt in verschiedene Kategorien. Es gibt die Elementhexen, das sind die, die die meisten, die die meiste Macht haben. Also Feuer, Luft, Wasser, Erd, gibt es Erdhexer? Weiß ich gar nicht. Naja, und dann gibt es verschiedene, es gibt Kräuterhexen und es gibt Gebräuhexen und so weiter und so fort. Und danach bildet sich auch so ein bisschen die Hierarchie. Also es gibt durchaus ein Machtgefälle in dieser Welt und auch wie die Hexen und Hexer danach leben. Also es ist so ein bisschen unterteilt, wer welche Macht hat. Und dann geht es in diesen Büchern zum einen um einen, ach wie heißt der jetzt? Heißt der Noah? Mit dem Namen komme ich garantiert durcheinander. Aber jedenfalls um einen jungen Hexer, der ein Wasserhexer ist und der in einer sehr privilegierten Position ist, der zum Rat der Hexen gehört oder bald gehören wird. Denn sein Vater gehört dem Rat der Hexen an. Und also er ist quasi schon sehr privilegiert geboren und hat aber dadurch auch so ein paar Probleme, gerade mit seinem Vater, der halt irgendwie, zu dem hat er nicht so die gute Beziehung. Dann geht es um eine junge Frau, die lebt nicht in der magischen Welt von Edinburgh, sondern im normalen Edinburgh. Die heißt Erin. Und Erin ist in einer ganz normalen Familie aufgewachsen und hat ein besonders gutes Verhältnis zu ihrer Tante, die jetzt aber schwer krank ist und im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt. Und Erin hat als Kind und Jugendliche sehr viel an Magie geglaubt und immer gehofft, Magie finden zu können. Ihre Tante hat sie darin unterstützt. Irgendwann, sie wurde dafür aber immer sehr viel ausgelacht, außer eben von ihrer Tante. Und irgendwann hat sie das aufgegeben. Und jetzt als Erwachsene glaubt sie nicht mehr so richtig dran. Und sie führt Touristen durch die Katakomben, durch die Höhlen von Edinburgh und macht so Spukführungen. Und auf einer dieser Führungen passiert etwas sehr Unheimliches und ein Geist erscheint. Und das setzt so eine Folge von Dingen in Bewegung im Laufe dieser Dinge. Erin merkt, oha, Magie existiert eventuell doch und ich habe damit vielleicht mehr zu tun, als es mir klar ist. Und es geht dann noch um andere Figuren. Es geht um einen Kollegen von Erin, der sich dann auch als Hexer entpuppt. Das ist jetzt kein großartiger Spoiler, weil man denkt es sich schon relativ früh. Und es geht um eine andere Hexe, zumindest im ersten Teil um eine Gebräuhexe, die so ein bisschen unzufrieden ist mit ihrer Stellung und gerne eigentlich was Höheres wäre. Und es geht eben um Talos, um diese Legende eines geheimnisvollen magischen Würfels, der angeblich Wünsche erfüllen kann und mit dem sich zum Beispiel diese Gebräuhexe erhofft, ihr Schicksal ändern zu können. Und als Erin davon erfährt, hofft sie davon, ihre Tante heilen zu können und tralala. Und ja, darum geht es so ein bisschen in dem ersten Teil. Es gibt dann natürlich noch einen Widersacher. Also es geht hier vor allen Dingen darum, rauszufinden, was hat es mit Talos auf sich und wo ist dieser Würfel eventuell. Und im zweiten Teil, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber es ist ja relativ klar, dass Talos gefunden wird. Also das Ganze ist ein Zweiteiler. Es gibt keine weiteren Teile mehr. Und Talos ist hier gefunden. Und jetzt müssen die Protagonisten, es sind weitgehend die gleichen, ohne jetzt da spoilern zu wollen, müssen mit den Konsequenzen dieses Fundes umgehen. Und eben was sich dadurch auch verändert hat durch diesen Fund von Talos. Und es geht weiterhin um Erin, die halt, surprise, surprise, eine Hexe ist und sogar aus einer sehr, sehr alten Hexenfamilie entstammt. Ich spoiler das jetzt mal. Es ist aber jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Und ja, ich muss sagen, mir hat der erste Band sehr, sehr gut gefallen. Also was heißt sehr, sehr gut? Er hat mir gut gefallen. Ich fand vor allem das Worldbuilding sehr, sehr spannend. Dieses Setting in Edinburgh. Ich mochte, dass es so flott erzählt war und auch irgendwie ein bisschen mit Witz. Und ja, mochte die Figuren und alles. Im zweiten Teil schleppte es sich manchmal für mich so ein bisschen. Ich finde, es gab ein paar Logiklöcher und ehrlich gesagt auch dieses Motiv von, in dem Fall der Heldin, die halt nicht weiß, dass sie so und so welche Kräfte hat und dann aber ganz schnell entdeckt, also kaum hat sie entdeckt, dass sie ihre Kräfte hat. Fuchs kann sie sie natürlich auch ganz schnell entwickeln und ist natürlich eine der mächtigsten ihrer Art und Tralalum. Ich muss gestehen, es gibt so ein paar Fantasy-Klischees, die sind meiner Meinung nach ein bisschen ausgelutscht. Und ich hätte das jetzt nicht so gebraucht. Es ist immer noch gut erzählt, aber irgendwie hat mich der zweite Teil nicht mehr ganz so mitgerissen. Ich habe auch länger gebraucht als der erste. Trotzdem, wenn ihr Fans von Urban Fantasy seid und einfach mal was Schnelles zwischendurch lesen möchtet, was jetzt nicht super viel Tiefgang hat, aber sich schnell liest, unterhaltsam ist und ein schönes Worldbuilding hat und ihr Hexenbücher mögt, dann ist das durchaus eine Empfehlung für euch. Also ich fand es völlig in Ordnung. Und das war's. Das war der Lesemonat Oktober. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerade lest oder was ihr so gelesen habt im Oktober. Ich muss gestehen, ich habe gerade wieder so ein bisschen so eine Leseunruhe. Also ich habe gerade drei Bücher gleichzeitig angefangen und kann mich aber wieder nicht so richtig konzentrieren. Es ist ähnlich wie im letzten Jahr um diese Zeit. Ich glaube, es hat schon auch was mit Corona zu tun und den steigenden Zahlen und Inzidenzen und dieser neuen Variante, die jetzt noch schlimmer ist als Delta. Und ich merke dann immer, dass mich das ziemlich hibbelig macht und ich dann nicht so, ich finde, gerade nicht die Konzentration zu lesen. Dabei habe ich wirklich, ich habe drei Bücher angefangen, die alle sehr unterschiedlich sind, weil ich dachte, dann kann ich je nach Stimmung. Aber irgendwie, nee. Na ja, mal gucken. Ihr erfahrt es dann im Lesemonat November, beziehungsweise dann auch noch danach. Und euch wünsche ich erst mal gute Lesestunden. Ich hoffe, ihr habt Konzentration zum Lesen und vor allen Dingen Freude daran. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Okay.